Crabapple Holzapfel Man setzt Crabapple unter anderem für zwanghaftes Verhalten ein, zum Beispiel bei einem Ordnungs- oder Putzfimmel. Manche Leute können keine Ruhe finden, bis alles an seinem Platz ist oder die ganze Wohnung aufgeräumt und geputzt ist, sonst fühlen sie sich unwohl und können nicht entspannen. Crabapple hilft den Betroffenen zur Ruhe zu kommen, selbst wenn noch nicht alle Arbeiten erledigt wurden und hilft dabei zu erkennen, dass nicht immer alles ganz perfekt sein muss.